Liebe Zuschauer, die Drückjagd-Saison läuft langsam an. Zwischendurch habt ihr aber hoffentlich immer noch ein paar Minuten Zeit für unsere Jäger-Nachrichten. Herzlich willkommen zu DJZ News. Nahe der S-Bahn-Haltestelle Germania in Dortmund hat ein Fuchs zwei Menschen gebissen, wie der Westen.de berichtet. Ob es ein und dasselbe Stück war, ist bislang nicht bekannt. Zur Gefahrenabwehr soll ein Jäger Reinicke nun einfangen. Im äußersten Fall soll der Räuber sogar erlegt werden. Die Verantwortlichen der Stadt Dortmund fordern die Bevölkerung auf, nicht auf wilde Tiere zuzugehen bzw. sie anzufassen. Nahe Marburg in Hessen treibt wahrscheinlich ein Wilderer sein Unwesen. Ein Jäger entdeckte vor kurzem nahe Marburg Biedenkopf, ein aufgebrochenes Roti neben einer Straße. Der Grünrock verständigte daraufhin die Polizei. Es wird wegen Verdacht der Wilderei ermittelt. Hinweisen nimmt die Polizeidienststelle entgegen. Die Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage unter www.djz.de. Eine Rotte Sauen sorgt derzeit für ein Tempolimit auf der Autobahn 20 nahe Wismar in Mecklenburg-Vorpommern. Wie NDR.de berichtete, sind die etwa 15 Schwarzkittel seit Tagen unmittelbar in der Autobahn unterwegs. Die Polizei setzte deshalb ein Tempolimit von 60 kmh fest. Bereits im Mai musste derselbe Autobahnabschritt gesperrt werden, weil sich Rehe auf der Fahrbahn aufhielten. Wie die Sauen von der A20 vertrieben werden sollen, ist bislang unklar. Am vergangenen Freitagmorgen löste ein Mann mit einer Schreckschusspistole in einem Waldgebiet bei Bad Homburg in Hessen einen Polizeieinsatz aus. Gegen 0,45 alarmierte ein Jäger die Polizei, weil er einen Mann im Wald beobachtet hatte, der mit einem Revolver um sich schoss. Die alarmierten Polizisten kontrollierten den 45-Jährigen darauf hin. Laut eigener Aussage schoss er um sich, um damit die Wildschweine zu vertreiben. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet, weil er keine waffenrechtliche Erlaubnis hat. Und zum Schluss noch etwas Erfreuliches. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg bekennt sich ausdrücklich zur Jagd. Vor kurzem ging ein Live-Video auf seiner eigenen Facebook-Seite online, in dem er erklärt, dass er selbst jagen geht. Nach eigenen Angaben ist es ihm sehr wichtig, zu wissen, woher das Fleisch kommt, das auf seinem Teller landet. Uns ist es wichtig, dass es am kommenden Mittwoch wieder eine neue Folge DRZ-News gibt. Deshalb müssen wir jetzt zurück an den Schreibtisch. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmannsheil. Neue Woche, neue News. Wenn Ihnen auch dieses Video wieder gefallen hat, dann geben Sie uns einen Daumen hoch. Und wenn Sie immer am Ball bleiben wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal. Hier unter mir.